So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich, blablabla, ich füge einem Panzer Schaden hinzu. Wir haben das Ganze eben schon mal probiert, aber da habe ich dem Panzer anscheinend zu wenig Schaden gegeben. So, wir machen das Ganze jetzt mal ganz anders. Einmal. Ja, nur mich nicht selber in die Luft jagen, das wäre keine gute Idee. So, und ihr seht, da ist schon das erste Teil. Und, ist das zweite Teil auch schon da? Nein. So, dann haben wir den Rest mit Waffenschaden. Ich hoffe, das zweite Teil kriege ich jetzt auch. Sieht nicht so aus. Doch, da ist es. Zack, schnell einsammeln, bevor der Panzer mir auf den Kopf fällt. Mal gucken, ob ich... Ah, doch, ich komme ans Teil dran. So, wie gesagt, holt den Panzer, zerstört ihn am besten einfach komplett. Dann genau die Teile einsammeln und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Ich gucke gerade, wo ich hier bin, damit ich euch auch zeigen kann, wo es ist. Conny Crossroads auf der rechten Seite auf der Brücke, da steht der Panzer. Vor der Aufgabe war der auch immer da alleine am stehen. Diesmal steht er immer noch alleine da, weil ein paar Urte haben sich ein bisschen geändert. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Lasst gerne ein Like da, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein! Und dann sind wir hierhin... Ich habe es, wenn ich nicht so leereiner Einschussrawalbe Netflix sind,